Musik 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 Ruderegatter rund um Wannsee auf Hauptstadt Sport TV. Wuhu! Musik Musik Pack die Badehose ein, nimm meine kleine Schwesterlein, und dann löscht wir raus nach Wannsee. Musik Der Tag der Deutschen Einheit steht vor der Tür. Das bedeutet für den Berliner Ruderclub natürlich wieder eins. Es ist Zeit für die legendäre Ruderegatter rund um Wannsee. Entlang der Wannseeinsel zeigten die Ruderer in verschiedenen Klassen ihr Können. Denn diese Regatta stellt im Kalender etwas ganz Besonderes dar. Musik Es ist ja jetzt das siebzehnte Mal, dass die Regatta rund um Wannsee stattfindet. Wir haben sie begonnen nach der Wiedervereinigung, weil es ja dann endlich möglich war, um die Wannseeinsel herumzurudern. Denn solange West-Berlin eben eingeschlossen war, mussten unsere Ruderer ja am Griebnitzsee aufhören und konnten auf der anderen Seite nicht durch die Glienickerbrücke durch, die ja nun mittlerweile zu Recht Brücke der Einheit heißt. Und aus dem Gedanken heraus haben wir begonnen, eine solche Regatta ins Leben zu rufen. Musik Und nicht nur die Veranstalter legten großen Wert auf die Bedeutung der Deutschen Einheit. Auch für die Ruderer und Ruderinnen ist die Verbindung von Ost und West etwas Einmaliges. Musik Also unser Boot ist ja auch das Boot der Einheit, da wir aus Tegel und Potsdam kommen und früher so hätten gar nicht zusammenfahren können. Und deshalb hat das für uns natürlich nochmal eine besondere Bedeutung, weil wir rudern auf einem Stück, auf dem wir früher nicht hätten zusammenrudern können und mit einer Mannschaft, mit der wir früher nicht hätten zusammenrudern können. Musik Die diesjährige Ruderregatta sollte aber nicht nur ein nationales Event bleiben. Mit dem Upper Famous Rowing Club aus London gab es sich in der Altersklasse 65 plus ein fast schon geschichtsträchtiger Achter auf die 15 Kilometer. Denn für die ehemaligen Spitzenathleten aus Großbritannien darf die Regatta rund um Wannsee auf ihren Reisen nicht fehlen. Unter der Kliniker Brücke, wo sich früher die Spione ausgetauscht haben, das ist natürlich ein ganz besonderer Moment. Wenn wir nach Hause fahren und das unseren Freuden erzählen können, dann können sie es gar nicht fassen. Es ist natürlich auch toll zu sehen, wie sich Deutschland nach dem Mauerfall entwickelt hat. Und wer denkt, dass die Regatta nur etwas für Spitzenathleten ist, der liegt völlig falsch. Beim Berliner Ruder-Club treffen Jugend auf, Seniorenklassen und die Hobby-Ruderer dürfen sich mit den Besten der Nation messen. Es ist einfach ein Gefühl der Einheit im Prinzip, dass man hier den Hochleistungssportler wie mich, den Olympiasieger, mit dem Freizeitsportler in einem Wettkampf verbindet. Und das macht halt auch im Endeffekt seinen Charme aus, dass jeder mit jedem hier einfach zusammen die Distanz absolviert. Speziell für die zukünftige Generation des Berliner Ruder-Clubs ist die Regatta natürlich eine große Veranstaltung. Am Ende konnten sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den verschiedensten Boots und Altersklassen die Medaillen um den Hals hängen. Und man darf gespannt sein, wer am nächsten Tag der Deutschen Einheit die beste Zeit rund um den Wannsee rudert. Frei nach dem Motto, everyone's winner. Wenn mir die험eto-Kamere auf den Wochen. Oder wenn wir die viele Berliner kaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017